Hallo und willkommen im RepExpert Training Center. Bei manchen Ford Transit Modellen können solche 6-Gang-Schaltgetriebe verbaut sein, bei denen nach hohen Laufleistungen außergewöhnliche Lagergeräusche und Schaltprobleme auftreten können. Wir haben deshalb eine Reparaturlösung zusammengestellt, um diese Getriebe zeitwertgerecht reparieren zu können. Die Vorteile davon zeige ich euch nach dem Intro. Für die Reparatur dieser sogenannten MT82 Schaltgetriebe gibt es drei unterschiedliche Reparaturlösungen von Schaeffler, die in Abhängigkeit von zwei Produktionszeiträumen und Allradvarianten unterschieden werden. Der Inhalt der Lockierbox umfasst alles, was für die Reparatur der eingangs erwähnten Lagergeräusche und Schaltprobleme benötigt wird. Weiterhin sind im Set Teile enthalten, die bei der Reparatur beschädigt werden können, sowie der Radialwellendichtring und die Abdeckkappe, deren Austausch generell erforderlich ist. Für euch hat die Reparaturlösung drei entscheidende Vorteile. Zum einen gibt es die Gleitschuhe hier einzeln, die es beim Fahrzeughersteller so nur komplett mit entsprechender Schaltgabel gibt. Des Weiteren sind die Stützlager der Vorgelegewelle und der Abtriebswelle inklusive der Lagerlaufschalen im Set enthalten. Diese Lagerlaufschalen können ganz einfach mit handelsüblichen Werkstattmitteln umgepresst werden und stellt so kein großes Problem dar. Bei Ford zum Beispiel sind die Stützlager und die Lagerlaufschalen nur komplett mit der entsprechenden Stützplatte erhältlich. Dies ist natürlich erheblich teurer. Zu guter Letzt sind alle Schaltarretierungen des MT82 Getriebes enthalten. Diese sind in Sets anderer Anbieter bisher nicht erhältlich. Es macht aber durchaus Sinn, diese zu erneuern, da sie beim Ausbau durch einen Gleithammer beschädigt werden könnten. Diese aber augenscheinlich nicht zu erkennen sind. Für die Reparatur empfehle ich das Schaeffler Spezialwerkzeug sowie die eigens entwickelte Reparaturanleitung. Beides ist auf die Inhalte der Logierbox abgestimmt. Einfach zu verstehen und vor allen Dingen einfach zu handhaben. Der schnellste Weg an die Informationen ranzukommen ist, indem ich mit der RepExpert App den QR-Code auf der Verpackung scanne. Alles, was ihr sonst noch für die Reparatur benötigt, findet ihr auf unserem RepExpert Portal oder im Online-Katalog. Also schaut mal vorbei, hier gibt es viele interessante Dinge zu entdecken. Das war's für heute aus dem RepExpert Training Center. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.